Hallo liebe Fans der Astrologie, herzlich willkommen zu diesem Video mit den spannenden Konstellationen im Juli. Wir haben zwei Finsternisse auf dem Programm. Der Neumond erscheint als totale Sonnenfinsternis und der Vollmond als partielle Mondfinsternis. Das bedeutet, dass dieser Monat für viele zu einem Wendepunkt werden kann, zum Beispiel indem sie einem Seelenpartner begegnen oder eine besonders wichtige Entscheidung treffen. Das wichtigste Thema dieses Monats sind unsere Familienbande, sei es unsere eigene Familie, Herkunftsfamilie oder für manche ist es auch die Wahlfamilie oder ein Thema der Heimat, zum Beispiel weil ein Umzug ansteht. Bei einer Finsternis sind immer die Mondknoten beteiligt und der aufsteigende Mondknoten steht ja im Familienzeichen Krebs. Wenn ihr vor einer wichtigen Entscheidung steht und Orientierungshilfe braucht, könnt ihr gerne eine astrologische Beratung bei mir in Anspruch nehmen. Wie ihr mich erreicht, das erfahrt ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Auch diesen Monat wird es wieder ein Video über den Mondzyklus geben, in dem ich näher auf die Konstellationen der beiden Finsternisse eingehen werde. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Aber wir haben nicht nur diese interessanten Finsternisse, sondern auch einen Zeichenwechsel des Mars. Außerdem wird der Merkur rückläufig und auch der Chiron. Mehr dazu gleich. Jetzt möchte ich euch erstmal die Gewinnerin aus der Verlosung im Juni bekannt geben. Ein schriftliches Partnerhoroskop gewonnen hat Ingrid E. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ingrid. Bitte melde dich bei mir unter der unten angegebenen E-Mail-Adresse, damit ich dir dein Horoskop zuschicken kann. Auch diesen Monat gibt es wieder einen schönen Preis zu gewinnen. Und zwar verlose ich diesmal eins meiner Astrologiebücher Geheimnisse der Astrologie mit persönlicher Widmung von mir. In diesem Buch findet ihr jede Menge Tipps und Hintergründe, wie die Astrologie funktioniert und einen Serviceteil zum Nachschlagen, zum Beispiel welcher Planet welches Zeichen beherrscht, was die Häuser des Horoskops bedeuten und vieles mehr. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt und alle Infos zu meinen nächsten Terminen und Aktionen erfahrt ihr im Serviceteil am Ende dieses Videos. Also bleibt dran! Jetzt wollen wir uns die Konstellation im Juli anschauen. Erstmal gebe ich euch einen Überblick über die langfristigen Planeten. Der Jupiter steht immer noch im Schützen in der zweiten Dekade und ist zurzeit rückläufig. Das heißt, glückliche Umstände entfalten sich vielleicht etwas langsamer, aber er steht dort weiterhin sehr günstig, vor allem für Schützen, Löwen und Widder. Die Lilith steht in den Fischen in der ersten Dekade und bildet bis zur Monatsmitte noch weiter prickelnde Flirt- und Liebesaspekte mit Uranus. Saturn und Pluto stehen in der dritten Dekade im Steinbock weiterhin in Verbindung mit der Mondknotenachse. Das ist der Karma-Aspekt, den ich in den letzten beiden Monaten schon besprochen habe und der wird jetzt im Juli durch die beiden Finsternisse noch mal aktiviert. Darauf gehe ich auch in meinem Mondzyklus-Video noch ausführlich ein. Chiron steht in der ersten Dekade des Widders und spielt eine wichtige Rolle, weil er diesen Monat rückläufig wird und deswegen seine Kräfte stärker hervortreten als sonst. Er wird sich den ganzen Monat über erst mit Mars und dann zweimal mit Merkur verbinden. Das heißt, mutige Evolutionsagenten, Umweltaktivisten und Heiler können im Juli große Fortschritte erzielen und sich erfolgreich für ihre Anliegen einsetzen. Teilweise wird man sie vielleicht erst nicht verstehen oder nicht zuhören, aber es lohnt sich an der Sache dran zu bleiben und die guten Argumente zu wiederholen, denn ab Ende des Monats und über weite Strecken im August wird man ihnen dann Gehör schenken und sie bekommen wachsenden Rückhalt. Uranus bewegt sich weiterhin in der ersten Dekade des Zeichens Stier und wird in der ersten Monatshälfte sehr prickelnde Flirtaspekte zur Venus und zur Lilith bilden, aber auch einen schwierigen Aspekt zu Mars und Merkur und dadurch kann man sich um Kopf und Kragen reden. Außerdem bedeutet Uranus Quadrat Mars auch eine erhöhte Unfall- und Verletzungsgefahr und besonders kritisch ist dabei die Zeit zwischen dem 5. und dem 15. Juli. Das betrifft vor allem diejenigen, die wichtige Planeten, das Sternzeichen oder den Aszendenten zwischen 3 und 8 Grad der fixen Zeichen haben, also Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr das herausbekommen könnt, ob ihr Planeten in den kritischen Graden habt, dafür ist mein schriftliches Geburtshoroskop gut geeignet, denn da sind sämtliche Positionen eures Horoskops exakt aufgelistet und ihr bekommt auch die schriftliche Deutung dazu. Ihr könnt es online bei Cosmogramm.de bestellen und die Infos dazu gibt es hier auf der Infokarte. Es ist immer gut, wenn man weiß, ob bestimmte Planeten im persönlichen Horoskop gerade kritische Auslösungen haben. Wenn ihr zum Beispiel gerade in Liebessituationen überhaupt nicht klar seht und euch nicht recht einen Reim drauf machen könnt, was da vor sich geht, ob es was Ernstes ist oder nicht oder wie ihr die Liebessignale zu deuten habt, dann steht ihr vielleicht unter dem Einfluss von Neptun. Der Neptun befindet sich in der zweiten Dekade des Zeichens Fische und steht zum Beispiel schwierig, wenn er Spannungen zu persönlichen Planeten in den Zwillingen, in der Jungfrau oder im Schützen bildet. Aber aktuell am Himmel steht Neptun jetzt günstig, nämlich günstig zu den harten Planeten Saturn und Pluto. Das heißt, durch gegenseitige Hilfe und Zusammenhalt können wir die Herausforderungen, die Saturn und Pluto anzeigen, gut meistern und dabei sogar noch unsere persönlichen Beziehungen stärken. Und das ist auch gut so und sehr hilfreich, denn Zusammenhalt und Familienbande sind ja diesen Monat großgeschrieben. Der Neumond am 2. Juli fällt ins Familienzeichen Krebs und auch der Vollmond fällt in die Zeichen Krebs und Steinbock. Beide Mondphasen verbinden sich dabei mit der Mondknotenachse und deshalb erscheinen sie als Finsternisse. Dadurch haben sie ein besonderes Gewicht und eine besondere Tiefe. Neumond und Vollmond rufen uns die Themen Karma, Verantwortung und Familienzusammenhalt ins Bewusstsein. Wenn ihr also zu Geburtstagen oder Feiern seitens eurer Familienmitglieder eingeladen werdet, geht unbedingt hin. Das ist eine gute Gelegenheit, um euch mit euren Wurzeln zu verbinden. Möglich auch, dass Familienmitglieder Schwierigkeiten haben, gesundheitlich oder auch durch Beziehungsprobleme und dann unsere Hilfe brauchen. Manchmal ist es nur der liebevolle Rückhalt, manchmal sind es ganz praktische Sachen. Dann empfehlen die Sterne, alles andere zurückzustellen und für sie da zu sein. Auch Angelegenheiten rund ums Heim und Garten wie Renovierungen und Neubaumaßnahmen können jetzt unsere volle Aufmerksamkeit fordern. Und ich habe auch beobachtet, dass viele jetzt aufräumen und ausmisten und sich dabei noch mal mit alten Fotos und Gegenständen befassen, an denen viele Erinnerungen hängen. Mehr über dieses wichtige Thema mit vielen Tipps, wie man damit umgehen kann, erfahrt ihr in meinem Special über den Mondknoten im Krebs. Es heißt, finde deine Heimat. Mit dem Neumond wechselt der Mars das Zeichen. Er geht dann für sechs Wochen in den Löwen und viele werden das als sehr angenehm empfinden, weil sich der Energieplanet da viel besser entfalten kann als im Krebs. Nur das Quadrat zu Uranus, das kann eben zunächst etwas schwierig werden, das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Am 3. Juli wechselt auch die Venus das Zeichen, sie geht dann in den Krebs. Und da steht sie erhöht und kann ihre liebevollen und beziehungsstärkenden Kräfte besonders gut entfalten. Anschließend gehen wir dann allerdings in die kritische Phase mit den kritischen Aspekten etwa vom 5. bis 17. Juli. Zuerst haben wir ja eben Mars Uranus, da ist die Verletzungsgefahr erhöht. Und dann wird am 8. Juli der Merkur rückläufig, wobei er sich dann auch gleich mit Mars verbindet. Die üblichen Probleme bei rückläufigen Merkur wie Missverständnisse und Planänderungen können dann die Hektik verstärken und damit auch die Unfallgefahr. Danach wird die Sonne kritische Aspekte zu Saturn und Pluto bilden und währenddessen haben wir dann auch noch den Vollmond mit der Mondfinsternis am 16. Juli. Auf der persönlichen Ebene kann es in dieser Zeit Missverständnisse geben, wenn wir Freizeitvergnügen planen oder andere von etwas begeistern wollen. Denn mit dem löwemäßigen Mars Merkur sind wir dann sehr von uns überzeugt. Aber wir bekommen womöglich gar nicht den Applaus und die Aufmerksamkeit, die wir uns wünschen oder unsere Ideen kommen gar nicht so gut an. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem wahren Leben. Ein wohlhabender und großzügiger Bekannter von mir möchte sich mit seinen Freunden immer gern in feinen und teuren Restaurants treffen, ohne zu bedenken, dass sich einige von denen das gar nicht leisten können. Das endet dann entweder damit, dass die Freunde absagen, weil es ihnen peinlich ist, das zuzugeben, oder dass mein Bekannter die gesamte Runde schmeißt, was dann wieder bei ihm ein Loch in die Kasse reißt. Man muss also im Juli aufpassen, dass man die Menschen nicht in Situationen bringt oder ihnen Vorschläge macht, die Stress verursachen, statt des angestrebten gemeinsamen Vergnügens. Man muss sich aufeinander einstimmen und das kann auch gelingen. Dabei helfen die positiven Aspekte zu Neptun. In der Liebe können sich durch die Aspekte mit Venus, Lilith und Uranus sehr prickelnde neue Flirts aufbauen. Zu Vollmond verbindet sich die Venus genau mit dem Mondknoten. Das ist eine sehr starke Auslösung, um einen Seelenpartner zu finden. Das kann auch jemand aus der Vergangenheit sein, den wir schon mal geliebt haben. Für Singles ist das natürlich wunderbar, denn eine Beziehung, die jetzt beginnt, kann sich zu was Langfristigem entwickeln. Für feste Beziehungen kann diese Zeitqualität zu einem Test werden. Entweder durch einen unerwarteten neuen Flirt, wie durch Uranus angezeigt, oder durch jemanden, der aus eurer Vergangenheit wieder auftaucht. Das wäre dann Saturn. Sollte sich das zu einem Dilemma entwickeln, favorisieren die Sterne aber ganz klar die Familie und die Langzeitbeziehung. Jedenfalls, wenn die bisher gut gelaufen ist. Das sagt uns der Mondknoten im Krebs mit Reifeplanet Saturn gegenüber. Wir müssen dann langfristig denken und nicht so sehr unserem kurzfristigen Vergnügen folgen. Es ist eine gute Zeit zu wertschätzen, was wir aufgebaut haben, wo wir unsere Wurzeln haben und was unsere Familie ist. Wir sollten uns fragen, wer hat mich unterschützt? Wer war loyal zu mir? Wer war immer für mich da? Und das sind dann die Leute und die Beziehungen, die wir stärken sollten. Die beiden Finsternisse in Verbindung mit Pluto und Saturn können große Herausforderungen und Veränderungen im Leben bringen. Und wenn wir leichtsinnig sind, können Beziehungen Schaden nehmen, die uns eigentlich wirklich was bedeuten. Und das wäre dann sehr schmerzhaft. Ab dem 19. Juli werden die Aspekte wieder entspannter und es kommt Partystimmung auf. Denn der Mars läuft dann für den Rest des Monats in einen wunderschönen Aspekt hier zu Jupiter. Und das macht Lust auf Feiern, gemeinsame sportliche Aktivitäten, Urlaubsvergnügen und es ist auch ein sehr kreativer Aspekt. Gleichzeitig geht der rückläufige Merkur zurück ins Zeichen Krebs und verbindet sich dann dort mit der Venus hier. Und das heißt, wir können uns Probleme der letzten Tage nochmal anschauen und in einem liebevolleren Licht sehen. Am 23. Juli um 4.30 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Löwe und verstärkt die schönen Tendenzen. Allerdings kommt es dann nochmal zu Spannungsaspekten mit Uranus in den Tagen da drauf. Und das heißt, dass nicht alles so läuft, wie wir es gerne hätten. Es können sich Ereignisse ergeben, die Planänderungen nötig machen. Und da müssen wir flexibel sein und uns spontan auf Neues einstellen. Am 28. Juli folgt dann auch die Venus in den Löwen. Auch das verspricht eine heitere Stimmung und gute Partyaspekte bis Mitte August. Am 1. August wird dann der Merkur wieder direktläufig, aber er und die Venus müssen dann auch erstmal durch diese Spannungsaspekte zu Uranus durch. Deshalb sollten wir wichtige Entscheidungen, die langfristige Konsequenzen haben, möglichst auf die Zeit nach dem 8. August vertagen. Abgesehen davon sind die Konstellationen dann sehr schön, vor allem für Partys und unser Sozialleben. Und mehr darüber erfahrt ihr dann in dem Video für den August. Das waren Eure Sterne im Juli. Und jetzt habe ich noch ein paar wichtige Informationen und die Verlosung für Euch. Wenn Ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt Ihr mich gern über meine Homepage hier oder über meinen Kundentelefon kontaktieren. Und alle Infos dazu findet Ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist der Sonnenfinsternis-Talk am 1. Juli um 21 Uhr. Da schauen wir nochmal in die Konstellationen und auch die Astronomie der Sonnenfinsternis. Und in der Sendung verlose ich eine 15-minütige Live-Beratung. Dazu müsst Ihr Euch bitte mit einer E-Mail anmelden. Und die Infos dazu findet Ihr auf meiner Homepage. Der Livestream findet dann hier auf meinem YouTube-Kanal statt. Am 15. Juli um 21 Uhr mache ich dann einen Mondfinsternis-Talk, auch als Livestream. Da werde ich Euch einen Überblick geben, wann und wo die Mondfinsternis sichtbar sein wird. Und wir werden natürlich auch über die astrologischen Konstellationen reden. Und es gibt auch wieder eine Live-Beratung, für die Ihr Euch mit einer E-Mail anmelden könnt. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Ihr könnt mein Buch Geheimnisse der Astrologie gewinnen mit persönlicher Widmung von mir vorne drin. Und viele Fragen zur Astrologie, die Ihr mir im Livestream oder auch in Kommentaren schon gestellt habt, beantworte ich in diesem Buch. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn Ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in Euren Social Media. Und hier könnt Ihr meinen Kanal abonnieren. Mehr zum Thema Karma und Mondknoten erfahrt Ihr in dem Video Finde Deine Heimat. Chiron spielt im Juli eine große Rolle. Schaut Euch dazu mein Video über Chiron im Widder an. Und mehr über Saturn erfahrt Ihr in meinem Video Die Kunst zu manifestieren. Ich wünsche Euch alles Gute mit den Sternen.